Hallo Freunde, herzlich willkommen wieder mal zurück zu Judgment hier auf dem Kanal. Ja, wir sind auf der Suche nach Antworten für den Fall, dass Hamura ordentlich auf den Sack gekriegt hat und naja, noch immer ein Knast, der sitzt und wir haben schon ein paar mehr Informationen in den letzten Folgen rausbekommen. Oh, wir müssen aber jetzt nur noch seine Unschuld beweisen und sein Alibi-Kräftigen. Alter, er ist ein bisschen. Aha, ich bin der Mobile Wind. Oh, schon geweiht der Mobile Wind, okay. Ja, jetzt müssen wir einen gewissen Say aus dem Host-Club finden, denn er könnte offenbar das Alibi bestätigen, weil er wurde ja vor der Sauna zur Sau gemacht, zusammengeschlagen, wie auch immer, und wollte ihn eigentlich verklagen und hätte da gerne Jagami sogar als Detektiv gehabt. Aber naja, muss aber gucken, haben wir denn hier irgendjemanden mit einer Frau rum sitzen oder mit einer Frau? Das ist eine Frau, aber das wird nicht... Seiya hat auch sie sitzen oder so, Che? Hm? O-o-o-o-o-o-o... Ein excurses Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Hintまず, mit dem anderen Worten zu suchen. Hier gibt es noch ein neues Ding. Wir sehen uns auf den Jäga-Misch. So, ich lass dich mal alleine und kann sich ja weiter aufregen. Na, die Alke kann ich nicht stellen hier. Vier Lebenspunkte hab ich eigentlich noch. Das reicht doch ja. Oh, da sind schon wieder welche. Oh, da hast du einen Baseballschläger, hm? Hehehe. Ich geh natürlich im Wund langsam echt in den Sack. Das ist die Frage. Ist da nur seine Seite drinnen? Ne, ne? Der wird dann hier beim Essen sein. Das ist die Frage. Das ist die Frage. Hat sie noch was aufkam gemacht? Ich habe schon darauf gesprochen, dass ich ein Name der Tender von Herrn Foto bin. Ich habe darauf hingeweled, dass ich dafür eine Arbeit. Ich habe mich an den Jäkza schattet? Nein, ich habe mich an den Jäkza ab. Ich habe mich an das Kassel . Ich habe mich an den Jäkza und die Beleidäger. Ich habe mich an den Kassel von Herrn Foto über den Kassel. Er wusste ja nicht, dass es ein Mörder war, also in dem Fall. Er wusste, dass es ein Mörder war. Er wusste, dass es ein Mörder war. Er wusste, dass es ein Mörder war. Okay. Er wusste, dass es ein Mörder war. Echt? Okay, jetzt einfach. Okay, jetzt kann ich das Alibi vielleicht unterbauen, aber wahrscheinlich wird der Host verschwinden, oder? Ja. 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 Ich bin nur ein, ich bin nur ein, du wegzüttelst. Ich war ein, was schäu. Ich wollte nur einen, aber ich hatte sehr viel Angst. Ich hatte also nichts für mich. Ich habe es einfach nicht mit colust. Und ich habe es, bin ich anweset Allah. Wo ist das ich? Ein отвеч過. Aber ich habe eine lange Zeit in die Augen schwarziert. Und ich konnte nur noch nicht die Schmerzen anwes Bitter. Aber etwas können sie nicht aufhören. Ja? Ich habe das nächste Mal schon gesagt, aber... Ich habe das Gefühl, dass ich die Anfragen habe. Ich habe das Gefühl, dass ich die Anfragen habe. Oh, das ist so. Und dann, was du nachdem, was du nachdem? Ich gehe auf die Anfragen. Ich bin in die Sauna. Du hast gesagt, dass du nachdem, die Sauna 5. 12.00 Uhr, als ich mich überrascht habe, hat Hamura in den Sauna-Gothen gewonnen. Das heißt, dass er die Sauna-Gothen in den Sauna-Gothen gewonnen hat. Ja, ja. Die Polizei hat so gesagt. Wenn ich das Wort hier anruf, dann kann ich es sagen, was ich mir einfach sagen. Das ist gut. Ich möchte es auf den Yagami sagen, und ich möchte auch auf den Tender-Master auf die Tender-Mastern auch auf den Tender-Mastern. Ich verstehe. Ich lasse es. Ich werde es noch ein bisschen warten. Ich habe noch ein paar Mal gesehen. Wenn ich mit Hammler mit dem Kameraden habe, habe ich einen Kammler überrascht. Wenn ich das Bild noch nicht verleumsehe, dann habe ich einen Kammler. Es ist also vor dem Kyushu Number One Star passiert. Das ist die beste Spur, die ich im Moment habe. Hoffentlich haben wir in dieser Kameras Kyushu Number One Star. Da kriegen wir doch hin. Gucken wir mal auf der Karte. Wo ist er denn? Ist ja echt nicht die Sonne hier irgendwo. Also genau. Weil wir hatten doch hier erst einen gefragt. Alter, ganz am Anfang waren wir hier. Da ist er da zusammengesch... Man könnte sich jetzt wieder aufregen, ne? Dieses ewige Hin und Her. Oh. Oh, ich bin Kaihto. Ich habe noch nie gesehen. Nein, aber ich habe das Hohst, den Hohst zu retten. Oh? Was ist das? Ich kann es sagen, dass es das Hohst zu retten. Das ist wirklich? Jetzt nicht gelöscht worden ist das Band. Scheiße, echt jetzt? Oh, nee, ey. Wenn wir hier gleich nochmal auf den Sack fliegen, speier ich lieber doch nochmal. Ist das KJ eigentlich daneben? War das hier unten? Nee, da ist die Sauna unten. Das ist Kyushu. Champion District. Keine Ahnung. Wir gehen da rum rucken. Hier wurde Seiya verprügelt. Das müsste auch den Aufnahmen einer Überwachungskamera zu sehen sein. So, wo ist die Katze? Hier ist doch immer eine Katze irgendwo, oder? Wo ist die Katze? Hm. Da ist eine Kamera. Ich höre die Katze. Wo ist die Katze? Hm. Teori. Ich glaube, als ob das hier ein Linksregor wäre. Oh, nein. Für Zeiya hat Hamura ihn in der Nähe des Kyushu Number One Star geschlagen. Schau mal, eine Katze, ja, eine Spreidekatze. Na dann, nehmen wir das hier. Es gibt also eine Kamera, hoffen wir, dass Hamura auf den Aufnahmen zu sehen ist. Ich stand aber gerade davor. Scheiße. Oh, man. Zwei gegen 15. Oh nein, bitte gehen echt zu Schwert. Ach zu Scheiße. Hier. Oh nein, bitte gehen wir los. Das war's für heute. Oh, du bist so, ja, ich decke doch auch schon. Das war's für heute. Oh oh. Äh, bitte nicht. Ähm, moll. Kaito ist gleich im Arsch. Keine Ahnung. Ey, ich hab doch die Exaktion gemacht, ey. Alter. Alter, das ist doch zum Kotzen. Scheiße mit dem scheiß Katana, was er da hat. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Oh, ich hab dich. Ey, warum wurde ich jetzt getroffen? Kaito-Mensch. Kamera, ja, da war es. Aufgenommen wurde es, ja. Wie kriegt ihr das raus? Wen fragt ihr dann? Wie kriegt ihr das raus? Untertitelung des ZDF, 2020